Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von QtClay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam süße Donut-Teelichthalter aus Softclay. Für dieses Projekt benötigst du die selbstgemachte Soße aus unserem Video Fix Schlagshanne und Fix Soße, keine Sorge, ist schnell angerührt, Softclay, Agrulfarbe in Weiß, ölfreie Kreide, Streusel aus unserem Video wir machen Fix Streusel oder du nimmst gekaufte Streusel, getrocknete Blüten, Cutter, Pinsel, Löffel, Becher und für Teelichter. Ich nehme mir hier die hellbraune sowie die senfgelbe Kreide raus und mit einem Cuttermesser schabe ich mir eine ganz schön große Menge der Kreide ab. Jetzt ist es wichtig das ganze Ding nicht zu lange zu kneten, aber so lange bis die Farbe halbwegs gut vermischt ist. Ich hole mir hier nochmal braune Kreidefarbe, da es noch ein bisschen zu hell ist und mixe es nochmal durch. Wenn es dann aussieht wie ein halbwegs leckeres Baguette, sind wir zufrieden, rollen es noch ein wenig aus, damit es ein bisschen dünner wird und teilen es in vier Stücke. Wenn du das Baguette an den vier Teile aufgeteilt hast, machen wir uns kleine Brötchen. Brötchen daraus, formen Kugeln, drücken sie flach, bis sie aussehen wie ein Burger-Patty. Um be자는, im Moment ist die, Flanstal zu enthalten, mit einemitativen Leerроhmändern. Dann vers repent, kommst du dich hindern. und du kannstut gerne sagen, klicken sie mit dir, wir sind ganze Welt Jaule נubank. Das wäre alles vermute, dass du etwas kre Cheers hast. Nun benötigst du einen Ausstecher in der Größe deines Teelichtes. Sollte dieser kleiner sein, macht das gar nichts. Du kannst das Ganze dann etwas größer ziehen. Ein Donut ist ja meist in der Mitte etwas heller, daher nehme ich mir eine senfgelbe Kreidefarbe und ziehe eine mittlere, feine Linie durch den Donut. Zu Senfgelb gesellt sich nun Orange und wir mischen das Ganze etwas durch und färben damit den Rest des Donuts ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Du fragst dich jetzt bestimmt, wieso gibt es jetzt schon das Teelicht rein, wir sind doch gar nicht fertig. Das hat folgenden Grund, das Ganze ist lufttrocknende Knetmasse und es schrumpft wieder zusammen, sobald es trocknet. Damit wir das verhindern, kommt jetzt schon das Teelicht rein, natürlich ohne Kerze. Und so bleibt alles stabil in der gleichen Größe, so wie wir das haben wollen. Teelicht passt noch rein, später bringst du es nicht mehr rein. Darum dieser Vorgang jetzt. Jetzt kommt auch schon unsere selbstgemachte Soße dran. Ich gebe sie in einen Behälter, damit ich sie noch mit weißer Akkulfarbe mischen kann. Das mache ich, damit das Ganze ein bisschen heller wird. Ich finde eine hellere Glasur ansprechender wie dieses dunkle Rosa. Und dann kannst du das Ganze eigentlich schon mischen und mit einem Löffel auf deinem Donut oder auf deinen Donuts verteilen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich verwende hier Streusel, die ich selbst gemacht habe in unserem Video. Wir machen Fix-Streusel aus Femotsenit und Sculpi. Du kannst natürlich auch gekaufte Streusel verwenden und nach Belieben auf deinen Donuts verteilen. Links unten siehst du getrocknete Blumen, die machen sich auch ziemlich gut auf einem Donut. Ja, lasst eure Kreativität freien Lauf! Du kannst es auf den Dürfen, die sind in der Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Du kannst es auf den Dürfen, die sind in der Dürfen, in der Dürfen, in der Dürfen, in der Dürfen. Und damit unsere Glosur noch ein bisschen mehr nach Glosur aussieht, habe ich den rosa Part mit Fimo Glanzlack eingepinselt. Plötzlich gefiel mir die Form der Teelichter nicht mehr, habe dann noch einen Teil weggeschnitten. Das ist natürlich kein Muss, nur für so Phobiker wie mich. Und ja, dann wieder zurück in die Form und fertig sind unsere Donuts. Gleich könnt ihr noch das Endergebnis genießen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart bis zum Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch gerne über ein Abo und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Gち